Ja, hallo Leute, heute komme ich zu meinem ersten Video mit Ton und fangen wir mal an. Also heute möchte ich euch eine richtig coole Cydia App vorstellen, die nennt sich Barrel. Mit der Cydia App kann man bezwecken, dass dieser Effekt hier erscheint. Also sieht richtig schön aus, 3D-Effekt. In den Einstellungen kann man dann auch mal nachschauen. Da oben. Was man dann einstellen möchte, da gibt es dann auch noch hier zum Beispiel. Da sieht es aus, wenn es von unten kommt. Und da gibt es wirklich viele Einstellungen zwischen. Und im Moment gibt es, glaube ich, sogar noch ein neues Update. Das habe ich mir jetzt aber noch nicht runtergeladen. Also eine richtig coole App. Auf jeden Fall runterladen und danke fürs Zuschauen.